Urdhva Hastasana. Die Stellung mit den Händen oben ist eine Variation von Tadasana. Ausgangsposition Tadasana, die Berghaltung. Dann hebe die Arme hoch und gib die Handflächen zusammen. Versuche die Hände so hoch wie möglich zu bringen. Das ist dann Urdhva Hastasana. Es gibt davon noch Variationen. Du kannst auch die Hände falten. Das wäre eigentlich dann Bada Urdhva Hastasana oder Urdhva Bada Hastasana. Du kannst auch die Handflächen nach vorne und nach oben drehen, während du die Hände gefaltet hältst. Und natürlich kannst du auch wie im Sonnengruß die Handflächen nach vorne geben oder auch nach oben. Eine weitere Variation von Urdhva Hastasana ist den Kopf nach oben zu geben bzw. hoch zur Decke zu zeigen. Natürlich kannst du jetzt von hier auch noch weiter nach hinten kommen, aber dann bist du schon in anderen Variationen, Variationen, denn es gibt auch Rückbeugen aus dem Stehen.